was machen sie denn zwischen den jahren schnell noch einen virtuellen partytermin eine sogenannte virtuelle tupper party buchen seien sie schnell denn nur in der woche 53 zwischen den jahren haben sie ein tolles party geschenk für nur zehn euro nur zehn euro für all das was hier auf dem tisch steht ja das stimmt dazu möchte ich ihnen ein paar sachen erklären wenn sie sich bereit erklären virtuelle gastgeberin zu sein für einen meiner party manchen bekommen sie eine neue serie die nennt sich rührschüssel pro sie haben hier die möglichkeit natürlich wie es der name schon sagt zum rühren von allen teigen mit einsetzbar natürlich auch ein salat hier reinzugeben zu transportieren ideal als party geschenk bekommen sie zum starten die sechs liter geschenkt dann haben sie die möglichkeit wenn sie möchten nur in der woche 53 die mega schüssel 9,5 liter fassungsvermögen für nur zehn euro mit zu bestellen sie als gastgeberin somit haben sie schon mal zwei aus dieser serie ja und hier stehen ja noch drei und ein spritschutz deckel erreichen sie auf ihrer virtuellen party 450 euro party umsatz dann bekommen sie auch noch die restlichen drei schüssel und den spritschutz deckel den spritschutz deckel setze ich ihnen mal zum zeigen kurz auf eine unserer schüssel sie können den zum beispiel hier drauf setzen und können jetzt mit dem rührgerät rein gehen und sehen nicht nach sommersprossen aus und man kann das auf alle von unseren rührschüssel pro drauf setzen also clever sein denn alle gastgeberinnen zwischen den jahren können wenn sie möchten dieses komplette turmset aus der schüssel pro serie für zehn euro geschenkt bekommen und für zehn euro diese 9,5 liter schüssel dazu kaufen wenn das kein grund ist zwischen den jahren eine sogenannte virtuelle party zu starten schnell melden dazu 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 Vielen Dank.